So Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge, der Maserator ist immer noch am Rödeln hier hinten, weil er keinen Strom bekommt, aber das wird schon, das wird schon. Ja, dafür hat die Quarry aufgehört zu rödeln, denn die hat keine Energie mehr, daher hole ich hier wieder Lava. Ja, toll, interessiert keinen. Na, ich muss jetzt hier ein bisschen was, ich bin hier gerade dabei, die Farmingkiste einzusortieren, ich könnte dich mal die Erde unten ablegen. Nein, du bist keine Erde, wo, hier war Erde. Ja, Erde haben wir auch schon einiges. Nein, nein, da, gut. Sonst noch irgendwas, was ich unten lagern kann, Bill. Ne, sehe ich jetzt nichts. Genau, Rottenflash, muss ich auch noch irgendwo hier zusammen packen. Ich tue jetzt einfach mal die Spyder-Eyes hier mit rein in die Farmingkiste. Scheiß drauf. Ja, quer der da fast rein. Ja, ist ja Natur pur. Aber ich glaube, an Cobblestone haben wir langsam einen Überschluss, oder? Cobblestone, ja, wir haben unten eine ganze Kiste voll, eine ganze Doppelkiste voll. Ja, eben, ja, und jetzt die Quarry baut ja auch. Ich glaube, wir haben einen Überschuss. Ja, das ist, das ist klasse. Silberall, das kommt ja auch nicht rein. Bei was braucht man? Ich hier Emeralds, kann man da nur Trade, nur da kann man da auch andere Sachen machen? Ne, du kannst ja gar nicht mehr, du kannst ja nicht handeln. Ist ja, äh, falsche Version. Ach, geht noch nicht. Ne. Was kann man da machen? Ja, Spitzhauken bauen, wenn du lustig bist. Hier, werfe ja noch einen Lava-Eimer in der Kiste gewissen, gell? Äh, voller. Ja, ein voller. Ja, sonst hätte ich nicht gesagt einen Lava-Eimer. Sonst hätte ich nicht gesagt einen Lava-Eimer. Ich habe jetzt einige Lava-Eimer mitgenommen. Sechs Stück an der Zoll. Mhm. Und die überflüssigen werde ich draußen in den Tank kippen. Hä? Oh, ich soll jetzt nicht mit dem Lava-Eimer draufklicken. Ich mache es immer falsch. Was? Ja, ich brauche mit dem Lava-Eimer auf die Kiste. Oh, ich bin so ein Idiot. Oh, ich könnte mir gerade selbst eins aufs Maul hauen. Ich bin ein Vollidiot. Ich brauche natürlich Generatoren. Und nicht solche Sachen. Welche Gottes willen. Ich brauche jetzt mal auf wie viel Batterien. Ich brauche auch Generatoren. Also brauche ich... Ja, ich nehme einfach mal kurz mit für die Bio-Kiste. Haben wir eine Bio-Kiste? Ja, also die ganzen landwirtschaftlichen... Ich will jetzt nicht sagen Erzeugnisse, aber... Alter, in so einen Tank passen 16... 16... 16... Lava-Eimer rein. Voll heftig. Ich habe mich schon immer interessiert, wie viel in so einen Tank reinpasst. Ja, Moment mal kurz. Und zack, ist er weg. Also ich brauche Schienenblock. Die Variante hier unten scheint mir ressourcensparender, da ich hier bloß 8 Eisen brauche. Hier unten bräuchte ich 11. So. Philipp? Ja? Du bist leise. Echt jetzt? Ja. Also entweder... Na Gott, es bleibt nicht drin. Entweder du musst lauter sprechen oder dich lauter stellen. Warte mal. Äh, ist jetzt wieder normal? Warte. Nee. Dann musst du irgendwas verstellt haben, weil ich... Jetzt ist wieder normal. Jetzt ist wieder normal. Mit der Zeit... Weil ich habe nichts verstellt. Jetzt passt es wieder. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Schmisse. Boah, ich habe da... Ah, Refined Iron brauche ich. Nein, ich brauche... Wie viel Gold haben wir eigentlich? Ich habe jetzt. Weil dann können wir mal so einen Philosopher's Stone craften. Ich habe 22 Gold. Dann crafte doch mal so einen Philosopher's Stone. Haben wir noch einen Diamanten? Nee. Keinen? Nee. Ich wollte noch einen übrig lassen. Du wolltest einen übrig lassen. Nee, wolltest du... Du hast gesagt, du brauchst... Du brauchst die nicht. Also... Ich habe mir gedacht, ja, nimmst du ihn halt. Ja, dafür haben wir jetzt... Haben wir jetzt den Crystal Chest. Ja, super. Du bist auch was. Trost. Mit der kann man aber keine Diamanten nicht trocken. Ja. Das ist jetzt toll. Ja, ein bisschen Spielspaß. Spannung muss auch dabei sein. Spannung ist wirklich eine Schlägerei hier. Wo habe ich denn... Na, ich bin natürlich wieder hier drin. Hey. Die habe ich jetzt bei euch... Die Biokiste steht hier drauf. Boah, jetzt brauche ich... Ja, die steht da direkt beim... Eingang. Also bei dem Abgang eher. Ja, ja. So, nein, nicht... Du nicht. Ach Gott, der ist wieder voll. Hier, jetzt mal einsortieren. Nein. Hallo. Ja? Jetzt sortiert er nicht mehr. Das will er nicht mehr. Ja. Hä? Egal. Jetzt spinnen die Inventory Tweaks. Naja. Okay. Das ist wurscht. Aber ich glaube, ich habe ja nichts vergessen, oder? Alla, perfekt. Wer ist hier der King? Ne, das ist die falsche Scheiße. Hast jemand gefunden? Ne. Dann wäre es der King. Ich habe eine Pipe gefunden. Aber so? Dann habe mir gedacht... Ich habe eine Pipe gefunden und dann habe mir gedacht, perfekt, ne? Also ich habe hinter dem Lagerraum jetzt so einen... baue ich gerade so einen Raum, wo wir dann die ganze Pipe-Verteilung reintun. Und so und Zeug. Und... Da habe ich mir gedacht, da habe ich eine Pipe gefunden und habe mir gedacht, Bingo, das ist gleich die richtige, weil es das die, die von der Eierform kommt. So. Ich glaube, ich könnte die da hinten mal wieder anschließen, oder? Ich glaube... Ja, das geht immer noch nicht. Naja, das Ding ist voll. Ich könnte mal wieder anschließen. So. Und sofort hört man hinten den Maser... Im Hintergrund den Maserator wieder. Malen. Malen nach Zorlen. Ja, ich meine eher... Ich wollte jetzt sagen Getreide, weil man sagt immer Getreide malen, aber... Das passt ja hier irgendwie nicht, weil das ist ja kein Getreide. Und das brauchen wir hier ja nicht malen. Weil Mehl brauchen wir ja nicht. Ich glaube, ich packe jetzt diese ganzen... Also die ganzen Ingots kommen jetzt mal in diese Silberkiste da. Und ich habe es geschafft, meine Spitzhacke kaputt zu machen und ich habe keine mehr dabei. Ja, das ist nicht mein Problem. Oh Gott, ich hatte noch... Ich hatte noch Refined Iron Fasten Stack. Ja, das weiß ich schon. Aber mich fragt einmal wieder keiner. Ja, ich habe gesagt, dass ich welchen brauche. Also, dass ich Dinge brauche, also... Mich fragt ja keiner. Nein, ich fragt keiner. Deine Meinung will niemand wissen. Aber deine natürlich, oder wie? Ja, ich bin gebildet. Ich bin so gebildet, dass ich jetzt schon... Du bist ja unter Tage. Ach, du bist in der Kiste. Es ist ja nachts. Ja, ich bin jetzt auch hier... Es ist ja nachts, deshalb bin ich unter Tage. Wegen Nacht. Oh Gott. Ich nehme mal hier mal... Ein, nicht die Feder. Die zwei durch. Alter, wer schmeißt hier mit Sticks um sich? Ich. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ach, merkbar. So, dann hätten wir wieder 33 Brote. Na gut, dann kann ich eigentlich auf diese Refinite Island jetzt hier scheißen, weil... Hab ich ja... Wieviel brauche ich noch? Hm, fünf hier. So, und jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich. Wo ist die... Hier. So, jetzt haben wir... Ne, Generatoren hätten wir auch. Und Solar Panel. So, ich brauche, glaube ich, noch irgendwas. Low Voltage LV Transformer. Okay, den habe ich gleich. Wo ist das? Und, 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 und. Copper habe ich nicht. Da brennen wir ja klar. 1, 2, 3, so. Was machst du gerade? Ich baue und hinterm Lager einen Raum, in dem ich dann die ganzen Kisten zusammenführe und so. Ey, Kisten, in dem ich die ganzen Dinger zusammenführe. Weißt du Bescheid, ne? Ja. Weißt du Bescheid. So, und eine Low Voltage Solar Array haben wir. Eine weitere. Ah ja, sehr schön. Ja, weil Energie ist eine ganz wichtige Sache, ein Ticket, ne? Ohne Energie läuft es nicht. Naja. Nein, Gottes Willen, wo habe ich die denn jetzt hingebaut? Schnell mal, die kannst du wieder abbauen. Ja, ich weiß nicht, ich habe den Schraumschlüssel nicht dabei. Wo habe ich den Schraumschlüssel hingelegt? Da habe ich ihn hingelegt. Also mit einer 90-prozentigen Chance er auch wiederbekommen. Mhm. Naja. Nein, sie ist weg! Na ja, Scherz. Nein. Sie ist Scherz. Eben. Ich könnte die eigentlich hier unten reinbauen, aber in, also in das Ding reinbauen, aber na ja. Haben wir noch Marble irgendwo? Ja. Wo? Ich baue dich auch ab. Ja, also wir haben sechs davon, noch eben Lagerhaus unten. Ja. Und hier heroben? Hier heroben weiß ich nicht, ob wir noch was haben. Warte, hier habe ich noch 42. Aber nicht, bitte jetzt. Ich habe noch 42 hier. Da, ich habe es denen geworfen. Thanks. Ja, hier sind auch noch 13. Danke. Thanks. Hier sind auch noch 30. Ich weiß nicht, ich konnte die überhaupt alle mitnehmen. Schaut nicht so aus. Nee. Ja, die Knochen, die Knochen nehme ich dabei. Die sortiere ich dann auch in die Kiste unten ein. Ja, ich bräuchte, weil jetzt hätten wir Diamanten craften können, da hätte ich wieder irgendein Fenster kostet. Und mit gecrafteten Diamanten hätten wir, was wollte ich sagen, hätte ich einen Filter bauen können. Aha. Einen Filter? Mhm. Da braucht man auch keine Diamanten dafür, oder? Braucht man für den Filter Diamanten? Doch, für einen Filter. Ja, ich will da so einen Pipe-Filter bauen, weil da bekomme ich dann 8 aus zwei Diamanten, aus zwei Diamanten bekomme ich dann 8 so Filter-Elemente. Das ist schon ziemlich cool. Ach, scheiße, ist da unten die Bed-Box leer. Ja, die Bed-Box ist leer. Und es ist natürlich, tja, über Nacht sind wir natürlich mit Strom. Früher Fakt. Ja, ich glaube, ich muss eine zweite Bed-Box bauen. Bed-Box bauen. Jo. Was ja, klein im Bauen. Ja, das brauche ich Diamanten dafür, haben wir ja nicht. Stimmt. Ich habe, Gott, was will ich denn? Ich habe doch Ding dabei. Nein. Alter, haupt's. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Tim dabei. Leute, kriegst du einen Rappel. So, und ja, wenigstens habe ich Koppelkabel dabei. Irgendwas buggt hier halt mit diesen, mit diesen, äh, mit den RE-Batteries. Irgendwas ist da halt los. Irgendwas ist halt generell los. Heute ist generell der Wurm drin. Nee, also Dix-Tory nirgendauf. Also, und zwar richtig dieses Mal. Daran besteht kein Zeitpunkt. So, ich habe jetzt mal hier einen Gesellen, einen munteren Gesellen ins Haus gelassen, so. Die hat immer wieder schlagkräftige Argumente. Ne? Ja, und ich würde dann auch sagen, weiß nicht, wie lange nehmen wir schon wieder auf? 13,5 Minuten. Dann sind wir noch nicht ganz am Ende. Ja, würde ich auch mal sagen. Das Zeitmanagement überlass lieber mir. So, und jetzt? Ja, nee, ich muss jetzt dann gleich wohin? Ach so, du musst ganz weg. Ja, ja. Also. Ja, komm. Zwei Minuten wirst du noch warten. Ähm, ja, warte. Ach Gott, wie baue ich das jetzt? Jetzt muss ich hier mal kurz hin. Ja, gut, passt. So. Und dann wird hier in beiden Bettboxen was gespeichert. Das kommt dann hier an diesem Ding hier raus, an diesem Block. So, die Frage ist, ob er jetzt ganz verschwunden ist. Lost. Ne? Hier. Könnte ich mal wieder umsortieren. Marble. ganzen Eier. Also. Ne, die Fensterscheiben waren doch da drüben. Die Zäune waren hier. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Monster draußen. Ne. Sortieren wir mal die Eier ein. Die drüge ich nachher irgendwann mal runter. Das wird jetzt zu blöd. So, der kommt hier noch rein. Ja, und jetzt fängt das wieder an. Ich muss mehr Energie im Voraus produzieren, merke ich. Ja. Vielleicht eine dritte Solar-Dingens. Aber. Müssen wir schauen. Die drehen jetzt völlig am Rad, die Dinger hier. Ne. Da brauche ich die noch gar nicht in die Hand nehmen. So, der Marble. Sortieren wir mal hier ein. Na, wenn ich jetzt hier in den Extractor des Rubberboots auch noch reinlege, ne, dann kann ich jetzt Polen offen. Das kann ich euch sagen. Philipp? Nee, also der scheint jetzt ganz weg zu sein. Hab ich hier irgendwo in einem der Dinger... Ne, scheint nicht so. Und sich hier ein Blut hin. Dann lege ich das mal da rein. Es sind bloß neun Dinger, also... Wird hoffentlich nicht so viel ausmachen. Wartet. Warum kommuniziert er nicht per Skype mit uns? Ist die Frage. Skype läuft noch. Er müsste bloß die Mikros einstecken. Und jetzt will... Dick Story will nicht mehr. 10 FPS im Video. Okay. Dick Story. Also, Philipp sagt, ciao. Ich weiß nicht, was jetzt hier mit Dick Story los ist. Also, bis dann. Tschüss.